Die pushen mich komplett. Ach du Scheiß, warte mal. Ich wurde glaube ich zercheatet. Ich hatte 200 HP. Hä, der cheatet, ehrlich? Der cheatet! Yo, Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es wieder mal ein paar Arena-Runden. Und heute wurden wir zum ersten Mal, glaube ich, on-stream in Arena zerhackt. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal passiert ist, ob ihr in Fortnite zerhackt wurdet. Aber wir haben einen Hacker getroffen. Der hat uns getötet. Der hat glaube ich 27 Kills oder so. Waren aber extrem lustige, nice Runden mit dabei. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da. Creator-Code-Kartum-Item-Shop nicht vergessen. Und viel Spaß mit dem Video. Fick die, Achtung, pass mal auf jetzt. Mach land. Mach das weg. Komm zurück, Lüge, komm zurück. Wollen wir, wollen wir, wollen wir. Der Jungs ist nach hinten irgendwie. Keine Augen. Ey, das ist gar nicht geil hier. Das ist echt nicht geil. Alter, Alter, schießt bei mir. Was ist das hier? 20, der hat einer. Nice. Du bist der Beste, Flo. Die machen Double-Heads, die machen Double-Heads. Von unten. Ja, von unten, von unten. One. Let's. Ab 1. One hit. Let's. Ab 1. Let's. Let's. Ab 1. Let's. Ab 1. Let's. Ist gar nicht anstrengend. Äh, das ist locker fluffig. Ist gerade was passiert? Ja, gar nicht. Ja, das ist voll doof. Guck mal. Müssen wir jetzt gucken, okay? Ja, mach mal. Mach mal. Mach mal. Mach da so einen Stein rein bei denen. Stimmt, der Stein war hier bei denen, ne? Ja, die kommen schon hier. So, Freunde. Achtung. Stein kommt. Ich habe angerollt. Ich glaube, ich bin tot. Achtung, Stein kommt, Jungs. Mittels. Warte mal. Er tippt mich mit dem Stein, bitte. Ach du weile, gell. Nein, alles gut. Warte mal, was ist das für ein Stein? Der holt den hoch. Der holt den hoch. Jo, zuhne, dann wird mich. Tracks. Oh, ich küss dann jetzt. Hast du da noch keinen? Na ja, der ist wieder oben. Der unten. Auf. Ein wieder. Dock wieder. Wo ist der letzte? Lebt der noch? Bei mir. Ach man, was? Alles gut, alles gut. Nee, ich habe den dreimal getötet gerade irgendwie. Aber leckt halt Internet. Ich weiß. Hast du einen? Nee, nee. Noch gab es, was da noch ist. Ich kann nicht easy gucken. Ab ihn. Nee, Frau. Nice. Ab ja, sind zu viele. Bin da. Ich habe einen. Was? Nice. Ja, ich habe einen. Zwei noch. Bin mir dritten. Nice. Bin mir dritten. Der ist noch nicht. Come on. Nice. Von hinten. Noch mal, noch mal, noch mal. Gleichzeitig. Wieder finish. Hier Splashes. Metalballs, sechs Stück hier. Mir gehört nichts hier, Bro. Komm hier hoch. Kannst du hoch? Ja, du wirst du was machen. Mach einmal Box. Metalballs. Warte mal, der Solo. Ach du Scheiße. Ich spiele Solo, ja. Oh, das wäre so dumm. Ach, das ist der letzte? Ja. Ach so. Ja, ich meinte, du killst den nicht. Also bitte. Ich habe keine Heals, hallo. Na und? Du hast Mads. Brauchst nicht mehr. Guck mal, er ist professionell. Der Mann. Guck mal, was er macht. Yo, was? Sorry, Bro. Ja, jetzt sieht es schlecht aus, sage ich euch ehrlich, Freunde. In der Nacht. Nein. Spiel mir einfach. Ja, er wird nur nerven. Er wird nur nerven. Ja, ich bin tot, Jungs. Und Girls. Nein, du hast das. Du hast das. Nur weil ihr alle alleine gespielt habt. Hättet ihr als Team gespielt. Du hast das. Meine Güte, jetzt bin ich wirklich. Du bist, dass du animiert, dass du fährst. Du hast euch keine Mess mehr. 20 Bild. Mann, Digga. Du. Ich würde es so gerne beleidigen. Nein, nein, nein. Ich bin so mad. Wie kann denn so ein Opfer sein? Ja, tot. Ja, GG's. Neu Bände. Acht. Sechs. Drei. Drei Bände. Null, 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 null. Oh, Mann. Was? Du Loser. Was ein Loser. What the fuck? What the fuck? Das ist einfach so bodenlos. Der andere war auch noch low. Wir sehen. Crack. White. White. 80 White. Einmal anpissen. Einmal anschießen. Wie sieht die Lage aus? Gut. Sehr gut. So, der ist weit. Weit, 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 weit. Gib ihm. Schön. So. Karte wird Gold. Nein, hab ihn. So. Was wach er? Oh. Digger. Ach du scheiße, du bist einfach. Jetzt geht's auch. Ach du scheiße, ich hab keine Mets support. Oh, 17. Und da. One. Hab ihn. Ein hab ich. Oh mein Gott. Wie bei einer P, was sehe ich da? Nein, ich hab sie. Ja, aber ich hab den fast gebombst. Brauchst du Madkit? Ja, warte mal, du brauchst Madkit. Nee, alles gut, ich hab nur einen HP. Irgendwann müssen wir Mets gehen, bitte. Warte mal. Kato, halt die Fresse, ich spiel nur Solo, ich hab keine Freunde. Kenn ich. Ja. Von wo denn? Von wo? Ey. Oh, da muss ich ja mal rumschreien hier. Stimme. Wo schon mit die? Das ist ein Dreier-Team, die kommen. Die, wo schon mit komplett. Ach du Scheiß. Warte mal. Ich wurde glaub ich zercheatet. Ich wurde glaub ich, ich hatte 200 HP. Hä, der cheatet ehrlich? Der cheatet. Der hacktick? Die cheaten, die cheaten, die cheaten, die hundertprozentig, ich hab die Karte von Flo, ich hab die Karte von Flo. Das sind keine Metze, das ist nicht, maybe kannst du nach hinten so. Der holt die ganze Lobby, guck mal, er holt die ganze Lobby. Egal, er holt mich, ich bin unbesiegbar, er kann mich. Es ist einfach auch der Typ, der den Router hat. Warte mal, ich will kurz zugucken, ich will kurz zugucken. Ja, ich auch. CT Elite 02 ist der Beste. Der hat einfach Gaming-Share oder so. Das sind, glaub ich, unsere Team-Snapper. Genauso und nicht anders. Er curriert irgendwelche Leute, im Wasserroll. Er soll's nochmal machen. Wie viele Kills hat der, wo sieht man seine Kills? Er hatte grad 27 oder so. Nee, er hatte grad 27 oder so. Eigentlich sprichst du mit denen ja reporten, ne? Ja, das Echo-Reporten. Wo geht das? Ich hab auch keine Ahnung. Ey, warte mal, wo gibt's denn das hier? Ihr müsst links unten abbrechen und dann könnt ihr Spieler melden. Was ist denn das für ein Cheat? Einfach hacken. Cheaten und hacken. So. Spieler, wie heißt denn der? Die Light. Da werden eh geklickt jetzt. Hat uns in der Winch-Change gescheatet. Der hat nen TikTok-Kanal. Ja, ach Mann, Digga, so traurig. Glaubt ihr da wirklich gescheatet oder war das jetzt Zufall? Äh, was? Bewerten bitte deine Zufriedenheit mit dem letzten Match. Alter, sehr zufrieden ist. Junge. Ich wurde noch lange nicht mehr so sehr cheatet wie jetzt. Chat, wie viel Spaß hat das gemacht? Seid mal ehrlich. Richtig. Richtig geil, oder? My light is at you again. Tschüss. 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 Tschüss.